hallo und willkommen zurück auf meinem kanal grounded unser spiel und wir sind hier ein bisschen am bauen allerdings auch nur zwischendurch wie ihr seht sind wir schon relativ weit der marcel ist sehr flink hier muss ich sagen hallo hey cool so mal gucken was wir hier so haben die gerade eingeschaltet haben das habe ich gebaut das meiste zumindest ja dass das muss ich ganz klar sagen hat da recht hier unglaublich aber es ist so okay gut 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 ja was haben heute vor viele ist wie immer natürlich die frage ist nur was davon schaffen wir wirklich und was nicht und der marcel hast du dich was vergessen ja ich weiß ich wollte aber nach den fallen gucken da ob was drin ist ist nichts was haben wir denn hier noch nein nein keine ausreden und wohin hatte ich noch schnell was aufgehangen ja genau da ist es also das in der mitte und noch trinken trinken ist gut moment wird das schon wieder dunkel hier 18 wir haben es wieder bei dunkel ja definitiv wie wir vorarbeiten hier damit die leute nicht alle ein gras haben und noch fallen sehen ja so ist das geht schon ein bisschen zeit oh ja oh ja ja jetzt ist eben halt bauen dort länger und von der mechanik hier dauert sogar sehr viel länger was wir den gucken ach ja ich wollte nach klee gucken warum nach klee ich wollte noch ein bisschen klee bilden sozusagen bauen sind ja keine klee bilden sind ja nicht dächer aber egal denn ich möchte das hier ein bisschen breiter machen ja dann hole ich mal schnell welches schnell 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 lauf ja und heute auch wieder mit dem beat also mit der willow war ja ganz okay aber irgendwie gab es da probleme also gefühlt zumindest und entsprechend habe ich dann mich wieder für den piet entschieden den mix habe ich gar keinen bock drauf denn nervt irgendwie und die hoops also die ist richtig nervig unfassbar könnte aber auch am spieler liegen marcel was machst du davon seht ihr seht ihr seht ihr also die hoops absolut nervig sollte man vielleicht nicht unbedingt nehmen aber gutes personal zu finden ist ja auch ziemlich schwierig also von daher einzig die hier arbeitet mit dem klee hier los eben lag sogar noch auf dem boden so einsammeln den ganzen krempel ja ansonsten da ich ja relativ viel ausprobiere einfach um zu sehen ob man das ganze hier ein bisschen überlisten kann die zum beispiel mit den stänge lagern beim letzten mal das funktioniert super hatten wir vorhin auch mit dem gras gemacht alles einsammeln hier ich weiß hinter mir liegt auch noch was wieso liegt da was rum na gut okay also nicht so möglich hier also wirklich schlimm und zwar liegt das eher an den xboxen netzwerk aber was soll's damit müssen wir leben dadurch dass wir ja multiplayer spielen sieht das eben halt so aus wir müssen damit leben egal also im single ist normalerweise nicht jo ansonsten wir hatten uns gerade über diverse andere sachen auch noch unterhalten und jetzt mal schauen wo ich das finde hier ja da kommt liegt es doch dahin eben war es aber schon da so okay aber alles ach und kreuz stänge bräuchte auch noch naja ich glaube da haben wir reichlich ja stimmt ja ach wir brauchen nur einen dafür ok sehr gut und nein ich möchte nicht umstellen gut ja also das häusle das sieht schon richtig richtig gut aus und was für mich priorität ist ich möchte gift immun werden kann ja nicht angehen dass marcel hier gift immun ist und ich nicht da schreibe ich mich gegen auch noch ist man gebührt so so warte mal das war doch das was du meintest oder wir müssen wir müssen wir müssen wir ich muss erst noch 1000 dinge erledigen ist das und der muss ich noch zwei stunden warten weil es einfach mal in der tool ist andere waren zu lassen wir haben 20 49 kommt die zuschauer warten hopp hopp bewegt dich lauf 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 ich habe ich habe schon so ne habe ich nicht hast recht ich habe nur das ding offen gehabt wegen der zeit okay immer muss ich ja 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 so was von möglich so was von möglich gegessen hat er jetzt habe ich auch ein kopf ausgerutscht ja ja mir die haben brust auf auf los ab zu den spinnen wir brauchen spinnen und dieses versteck was du meintest das werden wir jetzt auch mal nachgucken würde ich sagen nein 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 kein spinn wäre sondern spinne wir brauchen eine spinne ja auch gleich einen sammeln hier auf dem weg und es ja auch sein hat mehr in die nachgucken ich sag ja ich sag ja leute also gutes personal zu kriegen ist echt schwierig oder was er macht sich schon gar nicht schlecht da musst du mich ja nicht bezahlen ja die milch schnitt bezahlung hier jetzt noch so viel egal okay keine kleinen spinnen und auch keine überdimensionale spinne mehr ja die überdimensionale letzten sei das ist ja ja ich hoffe ihr habt es gesehen und wenn ich dann einfach noch mal nachholen mal gucken schade diesmal nichts im beutel gewesen in dem beutelden hallo 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 moment wo bist du bist du noch da ja ich bin doch da bist du da ja wo wirst du gerade hin also hörst du jetzt wieder ja hören tue ich jetzt ja jetzt weil hier war total ich habe dich wie ein roboter gehört und dann bin ich rausgeflogen ach so du bist rausgeflogen ja und jetzt finde ich das spiel nicht mehr ich finde ich nicht mehr alles naja okay ich lauf kurz ins camp nee ich war direkt hier ich würde sagen wir starten einfach nochmal neu er hat zur sicherheit trotzdem noch mal speichern wenn ich rausgehe wird es ja gespeichert verlassen und den hochstaaten fortsetzen nein wir brauchen kein passwort und laden so mal schauen wie es aussieht kommt schon lade so ok ich bin wieder drin wie sieht es auch bei dir hallo 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 wie das spiel war ist da bist du da ja also das xbox netzwerk ist echt brutal zu uns wahrscheinlich auch zu allen anderen aber egal vieles klappt deswegen gar nicht erst vieles wird dadurch sogar noch viel schwieriger und es ist manchmal ein bisschen nervig ich bin wieder geflogen was ist da los wow mist daneben ne stänge hatten wir euch nicht das wäre nicht gut ich will mal schauen ob ich irgendwo eine spinne finde ich schätze mal nicht aber hier ist ja auch eine das ist cool brauchen wir momentan dornen ich glaube nicht oder doch 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 dann nehme ich ein paar mit dann nehme ich ein paar mit menschen wieder geflogen was da los so dafür schadet doch lieber um ja ein paar habe ich auf jeden fall schon mal das ist sehr schön ja seid ihr mir schon wieder nichts an okay ich kann mal kurz bei den blöden einstellungen ja eigentlich probiert seit mit xbox netzwerk alles in ordnung man das zeigt ja die an aber scheint ja nicht in ordnung zu sein ja was muss er nicht an mir liegen nein das habe ich auch nicht gesagt wenn bei dir er hat nicht so gut ist dann kann ich ja auch nicht auch und ich sehe es ja auch hier bei mir aber das ist ja auch schon geguckt jetzt seid ihr mir auch alles komplett okay also ich habe zwar was abgekriegt aber so brutal gibt es doch nicht jetzt schon wieder die fresse na so zu sagen also jetzt ist es eigentlich noch leichter weil ich nicht drauf bin ja ja nee also irgendwie weiß nicht das liegt jetzt aber nicht an den netzwerk servern ja ich weiß nicht warum jetzt also ganz ganz ehrlich ich glaube nicht dass ich was falsch gemacht habe gut das könnte ich mir später nochmal angucken ich höre dich schon wieder total abgehackt wie so ein roboter echt ja gibt es doch nicht guck mal bei dir in discord was bei dir bei sprachschät steht ist gerade ziemlich ungeschickt das ist ziemlich ungeschickt müsste grünen sein wenn es gut ist moment 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 und ich höre ich immer noch so so das war schon gehabt so was okay du versuchst auf jeden fall erst mal wieder rein zu kommen und ich versuche hier mal irgendwo eine spinne zu finden moment wo war das doch gleich es gab ein problem beim weiter zum spiel überprüfe ob das spiel passwort korrekt ist ich habe gar kein passwort drin was ist das los ja dann musst du ein passwort bei mir eingeben hast du schon mal gehabt siehste na gut okay ja 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 komm schon also wie schaut es aus bei dir ja ganz schlecht ja ich versuche es jetzt gerade noch über den mal über dings über xbox sozial ja ja so party ein spiel ist nichts drin ok nochmal über steam ja definitiv moment ich muss irgendwas ablegen hier oder was herstellen das leben wir ab hier oder ja das erstmal verbrauchen ja ja glück mit fliegenpilz naja das ist da gut 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 es gab ein problem beim weiter zum spiel überprüfe ob das spiel passwort korrekt ist ja ja gute sache also keine gute sache gar nicht oder hast du doch auch so sehen bei passwort also nichts reingegeben und nein aber aber das können wir jetzt ja gleich nochmal ändern ändern speichern so ja möchte ich dann starten wir das ganze nochmal den host starten ja mal schnell laden hier mal gucken ob sie jetzt besser wird das wäre schön ja denn vorhin bei der vorbereitung hatten wir ja schon so viele fehler das heißt bei dir ja bei mir wurde ja bei mir ging es aber ja bei mir darfst du mit dem mal dran dass ich da auf die ganzen grasplatten ja na gut das kann natürlich sein aber es darf doch nicht sein also wirklich es kann doch nicht sein ja das kann ich auch wieder ausführen ah ok hilfe spinne was wo welche zwei wohl spinne ja wo da wo wir sonst immer sind da wo wir sonst immer sind also in der eiche ja die eine kommt schon raus hi spinne das aufs maul hast du gerade im maul gesagt ich meine gusche da kann ich hier noch durch ja da ist mich in ruhe lass mich in ruhe das gibt es doch nicht auf jeden fall mal wechseln hier ja ich bin schon geflohen was echt gibt es nicht naja das ist natürlich nicht schön aber ich gehe hier mal ins eck rein so ist es dann geht euch wieder davon möglichst weit nach hinten ja mal gucken mal gucken ob das klappt auch 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 irgendwo auch jetzt ganz weg die so hier nach rechts abgebogen ja da musst du anschließen nicht hoch zu ok bei der hier funktioniert das gar nicht so schlecht näher jetzt auch wieder ab und glücklicherweise die kommen ja wieder ja denkt daran wenn die aus dem kampf raus sind generieren sie ihre lebenspunkte wieder ja ich muss rechtzeitig wieder anschließen na klar ich hoffe du hast deinen kampf ausrüstet na es wird es wird ja ich bin das hier unten die weg was eine spinne ist bei mir ja ok erwischt okay die erste haben wir na lauf 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 ach so die zweite ist jetzt ganz bei dir ja ja ok dann kann ich ja hier raus kommen ja ah ne die ist da vorne die kommt ja getroffen habe ich sie die trifft meine auch schon je nach der Zeit ok die scheint festzustecken sehr schön aha los schieß ich brauche eine schnellstoß am brust was wieso war der daneben ich ziehe genau zwischen die augen und gleich wieder umschalten hier vorliegen hier viele falle ich meine klar ich habe ja auch viel geschossen ich habe dich nicht gesehen ja weil ich finde ich darum war und du hast irgendwo eingebuddelt gibt es zu und schon wie viele falle hast du waren sich ok ich habe gerade 17 ich habe immer noch nicht ich habe immer noch keine immunität es ist ein wenig nervig hat immer noch nicht geklappt ja marcel hat mir ein bild geschickt das heißt dieses hier müsste es eigentlich sein aber nein aber hatten nein immer noch nicht obernervig aber naja dann eben halt beim nächsten mal da liegt auch noch gras rum ok dass ich nicht aufnehmen kann du bist aber nicht zwischendurch hier noch gewesen und hast ein bisschen gras gehackt oder das letzte habe ich geholt weil vorhin hatte ich ja alles hier aufgeräumt und sauber also alles weg geholt dann hast du bei dir auch noch nicht alles gesehen gehabt das wäre möglich weil da liegt so viel rum gibt es ja gar nicht und damit sich das auch lohnt nehme ich jetzt erst mal schnell ein paar mit mit hier sehr gut dann nehme ich mir nicht gleich noch das gras lager mit bau das da wieder auf und besorge noch weiteres warte mal jetzt gehe ich mal schnell gucken im haus nö ist doch eigentlich alles da soweit wir gebaut hatten ist eigentlich alles da definitiv und hier ist auch noch jede menge gras was da los wir sind doch losgelaufen war kein gras mehr hier oder ja also wie ihr seht hier ist alles voll ich war es nicht also ich habe ein bisschen was draufgelegt jetzt ja aber ich war es nicht na gut dann lasst uns ein bisschen bauen damit der spinne so gut geklappt hat bauen wir jetzt ich glaube du hast nicht alles gespeichert doch ganz normal gespeichert dass ich das ich hatte ich glaube ich hatte vorher noch mal hochgeguckt es war noch nicht ganz fertig ganz finde ich nicht wenn er aber auch die ecke nicht super bauen kommen eine brauche noch also vier gras erst mal ja mitnehmen 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 damit wir auch schneller sind möglichst also da oben liegt so viel rum dann können wir bestimmt fast 22 lager voll würde ich sagen ob ich hier überhaupt sehe wenn ich dann sammle ich die alte 1 gucken ob das jetzt überhaupt noch da ist vielleicht ist er jetzt wieder weg kann ja auch sein und hier vorne sehe ich jetzt schon mal hier ist alles voll 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 und ist klar denn theoretisch sieht es ja so aus dass wir hier ich glaube 24 müssten es sein die war auf so ein gras lager kriegen da ich mich noch mehr eben jetzt sieht nichts mehr hier er ist gegen die da vorne wieder die sind weggeflogen echt okay gut ja ich würde sagen von der sache an sich wir werden noch ein bisschen gras kloppen und das hier einlagern und in die base bringen aber ich denke mal das machen wir dann einfach auf screen das wird ja auch langweilig wenn er die ganze zeit zugucken müsst und ja also bis demnächst tschau tschüss